Aber die ganze Kollektion ist dann auf Blumen und Gärten und so und jetzt heißt es Jardin Portugal, der Garten Portugal und deswegen habe ich da diese ganzen Silhouetten gemacht und aber gleichzeitig genau, ich meine ohne Punk geht gar nichts, also egal welche Direction du machst, Seasoning heißt Würzen auf Englisch, Seasoning ist Punk und ich habe überhaupt keinen Bock darauf, dass die Leute alle so uniform aussehen, weißt du? Alles zu Hause entworfen, alles eine Person entworfen, alles moah, moah, moah. Das hier ist die Zeugin. Wahnsinn. Alles. Aber ohne die Sarah werde ich auf die Dinge auch nicht kommen. Ja, das ist ja gut. Die Sarah kann manchmal so leer aussehen wie eine weiße Leinwand. Ja, das ist ja gut.